Berlin, Südafrika, als Eric Stehfest, 35, 2022 seinen Beutel schnürte und erstmalig ins Dschungelcamp einzog, war er für seine kurze Lunte bekannt und bei seinen Mitstreitern nicht beliebt. Das war im diesjährigen Legenden-Dschungel anders. Doch aus welchem Grund? Der Bestseller-Autor, Neun Tage wach, galt zuletzt als Favorit. Doch an Tag 14 war der Traum von der Krone ausgeträumt. Der Kampf auch im zweiten Anlauf verloren. Auch Krawallkönigin Elena Miras, 32, musste am selben Tag gehen. Denn sie gab bei der Dschungelprüfung auf. Im Interview mit der Nachrichtenagentur Spot on News sprach der Künstler mit der bewegten Vergangenheit über ein Untersuchungsergebnis, das sein Auftreten im Dschungelcamp beeinflusste. Auf den Kommentar, dass der Schauspieler sehr an sich gearbeitet und auf die Frage, wie er sich auf das Trash-TV-Format vorbereitet habe, antwortete Stehfest, was heißt vorbereitet? Ich habe seit einem halben Jahr meine ADHS-Diagnose. Ich bekomme dafür auch Medikamente. Das hat mein Leben verändert. In seinen eigenen Worten war er bei der diesjährigen Teilnahme innerlich wahnsinnig geordnet, worauf er auch sehr stolz sei. Darüber hinaus beklagte der Dancing on Ice-Gewinner von 2019. Obwohl das Thema ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, Anmerkung. D. Red. In unserer Gesellschaft ja noch nicht ganz akzeptiert wird und immer nur als Humbug abgetan wird, dass das hibbelige Kinder sind, die nicht zuhören wollen. Eric Stehfest spricht im Interview über seine ADHS-Diagnose danach gefragt. Ob er bei seiner erneuten Teilnahme mehr er selbst gewesen sei, gab Stehfest zu Protokoll. Ich selbst war ich ja trotzdem vorher. Damals hat man den Eric gesehen, der mit seinem ADHS struggelt und damit eben einfach nicht zurechtkommt. Aber das war genauso ich und genauso ehrlich. Dieser innere Kampf sei auch der Grund für die damalige Prüfungsverweigerung gewesen. Er sei im TV der lebende Beweis, dass man das Thema ADHS ernst nehmen sollte. Außerdem erläuterte der Schauspieler, man kann sich den Kopf eines ADHS-Lays eigentlich wie das Dschungelcamp vorstellen. Ganz viele Stimmen, der eine gegen den anderen, ein Hin und Her und Freundschaft und dann doch wieder Feindschaft, nichts ist beständig. Ich bin ein Star, Showdown der Dschungel-Legenden läuft täglich ab 20.15 Uhr auf RTL. Bei RTL Plus sind alle Folgen jeweils einen Tag vor TV-Ausstrahlung im Stream verfügbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017